Motsi Mabuse, ihre Naturmähne kommt bei Fans total gut an Ihren wallend langen Extensions passend zum heißen Wetter wählte sie nun eine Kurzhaarfrisur. Jetzt haben die Promiflas-Leser entschieden, dass sie die Naturmenü an Total feiern. In einer Umfrage, ob die Fans ihre Haare mit oder ohne Extensions schöner finden, waren sich die Fans einig, von insgesamt 1.236 Fotos, Stand 0407.2018, war die Mehrheit von 75,4 Prozent, 932 Stimmen, für Naturlook. Die Promiflas-Leser lieben ihren aktuellen Sommerstühle. Die restlichen 24,6 Prozent, 304 Stimmen, mochten die alte Frisur der Letzt-Danze-Moderatoren etwas mehr. Mit ihrer frisch gestühlten Mähne wird bald in das Mama-Leben starten – schon in wenigen Wochen wird ihr Barbie-Girl zur Welt kommen. Für die Geburt hat die Bald-Mama bereits ganz genaue Vorstellungen, Papa Erdogan Watznuck soll die ganze Zeit über am Kopf des Bettes bleiben.